Ich habe so oft gelesen, hol dir einen Graver. Ich habe zwar eine Weak Hour. Die Weak Hour kann jetzt nur mit einem Klick die Dinger eröffnen. Aber ein Graver soll wohl geil sein. Engraver Rune. Wir gucken mal rein. Reload. Ob das wirklich so geil ist, das Ding. So, loade das Ding bitte. Okay, wir haben im Endeffekt dieses Ding. Kann ich das irgendwie kleiner machen? The Step can be hidden in the options. Always show height in combat. Character pain. Kann ich das irgendwie... ...kleiner machen? Und man kann sogar die Rune rausfiltern. Layout Direction. Bottom to top. Mach ich jetzt mal. Nee, bottom to bottom. Nee, andersrum. Doch. Äh... Bottom to top. Ich meine, eigentlich ist es nice, wenn du sehr auf die Rune wechseln musst. Ich meine, ich kann nicht meckern. Passiert dir das auch ständig, dass du die ganzen Inni-Puls und deinen Exploshot vergessen hast? Ja. Und ich töte die Mobs dann trotzdem, weil ich zu faul bin. Mit Explosionstraps. Okay, add-on is approved. Engraver, geiles Ding. Vor allem, wenn ihr hier irgendwie so einen Boost macht, wie ich hier, dass ihr sehr viele Mobs töten müsst. Oder sehr auf die Rune wechseln müsst. Geiles Teil. Geil, geil. Geil, geil. Geil, geil. Vielen Dank.